Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, das ich liebe, wo man hasst, das ich verzeihe, wo man beleidigt, das ich verbinde, wo Streit ist. 2008 vollendet Komponist Michael Wilmo sein dreisätziges Werk Da Pazem als Auftragskomposition für die Greifswalder Bachwoche. Ein Stück für gemischten Chor, Orgel, Perkussion und Saxophon. Das Wort Friede kommt in sehr vielen Sprachen vor, so beginnt das Stück. Und der Wunsch der Menschen nach Harmonie und Verständigung wird im Laufe des Stückes deutlich und findet dann auch statt. Verbinden, wo Streit ist. Ein ethischer Leitfaden, der jeden Einzelnen zur aktiven Teilnahme am Frieden aufruft. Michael Wilmo macht es zum Kern seiner Komposition. Eine gemeinsame Energie, welche zwischen den Musikerinnen und Musikern entstehen soll. Die Suche nach Frieden, dem eigenen, persönlichen und dem Frieden in der Gemeinschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Musikerinnen und Michael Wilmo